... und bei fehlenden Leistungsfördern, Gegenwind, das ist schon ganz ausgezeichnet. Dann haben wir Diana Sachse, die liegt auf dem zweiten Platz im Augenblick mit ihrer besten Wahl, die Sie sehen, markiert. Ist die jüngste, der DDR-Werferin. 22 ist sie. Spotsdam. Oh ja, der war über 70 und gültig. Das ist es. Also wenn ich gesagt habe, über 70, da sind so mehrere Linien über den grünen Rasen gezogen. Und wenn ich der einen trauen darf, dann waren es 70 Meter. Da sind noch andere fürs Speerwerfen der Zehnkämpfer auf den Boden gezogen. Das übrigens schon am 18.30 Uhr ist, nicht wie ich vielleicht vorhin gesagt habe, 19.30 Uhr, Speer, aber auf der Zehnkämpfer. 70,54 Meter. Die Führung für Diana Sachse. Wer Glück wünscht von Irina Meschinski, die Führung im Discus werfen. Das ist die Führung im Discus werfen. Das ist die Führung im Discus werfen. Das ist die Nummer 1, mit 70,54 Meter. Und schauen wir was sie nun getan hat. Es ist die allerlaatste beurt für die Frauen in Discus werfen. Die Anne Sachse. Die beste Al von dem Saison. Ja, sie tut noch besser. 71 Meter, 36 Meter. Ihr seht das. Ihr seht das. Ihr seht das in den letzten drei Wörfen. 67, dann 70. Und nun bleibt sie natürlich Nummer 1. Ich werde zurück. Ich werde zurück. Schlough. Ja,. 'mi auch. Zu. Kwene. Da. 4 9 4 5 halt.